Hallo und herzlich willkommen bzw. zu einem kleinen Meldungsvideo und zwar ist es soweit nach langer langer zeit ist sie nun endlich online die minecraft 1.4.2 das halloween update genau noch sind nicht alle mods da aber freut euch drauf ich habe jetzt auch kein schön dass sich der scharf einfach verletzt kein bock darauf ein video zu machen was jetzt alles raus gekommen ist da einiges doch schon in den snapshots raus kam sie haben zwar noch ein bisschen verändert aber trotzdem ich wollte einfach nur mit diesem video sagen 1.4.2 out now is there ich wünsche euch auch viel spaß damit wie ich mir damit spaß finde ich werde wann übrigens direkt in info wandern ich weiß nicht ob es nahtloser übergang bei skyblock geben wird wir haben nämlich ein bisschen noch aufgenommen die bucket ist noch nicht draußen aber freut euch trotzdem schon mal ich werde unten einen link zu dem changelag bringen von der minecraft wiki seite da liest könnt ihr dann sehen was alles dazu gekommen ist und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschau ich werde jetzt übrigens noch ein bisschen die welt fliegen mit dieser lau mit lauter mucke bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.